Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meatball! Ja, wir sind gerade in der Hölle angekommen, haben diesen irre schweren Boss geschafft. Dann haben wir eine super geile neue Musik. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit 4.1 Boilermaker. Natürlich Meatball. So, wir gehen hier ab, okay, laver da gut berühren, gut zu wissen, da kommt was von rechts, auch gut zu wissen. Und da kommt was von oben und... Alter, verdammt, verdammt, verdammt. Okay, okay. Das ist jetzt ProLand. Und da habe ich als Noob überhaupt nichts verloren, glaube ich. Moi! Oh, ich soll mal sowas machen. Okay, jetzt warte mal erstmal kurz. Alter! Alter, vater! Okay, nochmal. Also, ey, schaffe ich hier wahrscheinlich nicht. Also, Great A, schaffe ich hier wahrscheinlich nirgends. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich schaffe ja noch nicht mal hier den ersten Sprung. Ich schaffe ja den zweiten Sprung. Ich komme nicht über die Sachräder drüber. Ich gehe jetzt an. Ich gehe jetzt an. Boah, aber wenigstens bin ich jetzt nicht so im Zeitdruck wie beim Boss gerade. Hä? 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 Da fuhrg? Sehr irre schwierig. Weil die Levels, die ich überhaupt nicht schaffe, werde ich überspringen, glaube ich. weil ich muss ja nur 17 Level schaffen aber da muss ich genau reinspringen da braucht man richtig Skill für den ich leider nicht besitze da bin ich halt aber Taralong LP ist richtig schütte das probier ich jetzt nicht ich wollte ausprobieren über das erste Zahnrad drüber zu sprechen also ungefähr so aber es geht anscheinend nicht oder ich brauch da mehr Anlauf für ich weiß nicht aber es muss aber gehen es geht einfach nicht es geht nicht so jetzt bleib ich wieder in der ersten als du für eine Stunde beim ersten Level hängen boah ey ja ja Level abgeschlossen was geht hier was geht hier geht hier geht weiter hä hä ach so da unten war was ich glaube ich brauch das Ding gar nicht oh 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 das ist jetzt scheiße oh nein ich dachte ich komm da oben drüber shit ok aber ich glaub dieser Fahrstuhl ist einfach nur zu fahrschildern sonst hab ich da jetzt grad den Eindruck von ich muss da halt nur jetzt grad arschknapp an den Sägen da vorbeispringen boah da hatte ich's grad fast geschaffen ok erstmal richtig in die Lava rein ich muss erstmal reinkommen auch wenn ich den Part jetzt direkt hinter dem anderen schon aufgenommen hab muss ich erstmal reinkommen so wo bleibste so jetzt voll chillig der Level hier ich find's grad voll chillig hier oh hab ich fast dran vorbeigesprungen und da ist die Wut auch schon was ist denn oh wisst ihr was ich letzten Part vergessen hab das alle ablaufen lassen weil ich so schnell so oft verkackt hab oh das tut mir echt irre leid boah ich hätte es super gern gesehen und ihr dann vielleicht auch es tut mir jetzt echt leid ey jetzt hab ich voll verpennt aber ich war so froh drüber dass ich den scheiß geschafft hab boah ein Feuerball ein verkackter Feuerball alter Vater jetzt holen sie aber nochmal was raus ey ich bin ich jetzt eigentlich in die Hölle gekommen hat mich Dr. Viet ist beim letzten bei der letzten Katzin ungebracht oder was hat der mich da echt getötet dieser epic Katzin kann ziehen boah ey ich komm da echt nicht um ja jetzt schweig erstmal ein scheiß Feuer da und erstmal richtig verkackten ich komm da immer gegen den Deckel das ist hier irre eng ich finde aber die alte Musik besser ich mag die jetzt von der Hölle nicht so gern die ist auch gut aber ich fand die andere besser oder die auch ich glaube, ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geschaut wenn ich angefangen habe ist aber scheiße ah das fand ich ehrlich so viel mit dem ich bin ja noch nicht mal über diese komischen feuerbälle hinausgekommen ich kotz mich auch voll an, dass ich hier am Anfang warten muss das ist so scheiße wieso muss ich da am Anfang warten? das ist doch unnötig ich glaube ich muss da echt zum Wasserfall da rechts springen damit ich kurz ausharren kann aber möglichst ohne drauf zu gehen oder ich spring da gegen die Wand sag nicht, oh kurz überleben gibt es, gibt es echt nicht kann nicht wahr sein boah boah, nicht runterfallen boah, da muss ich hoch boah ich dachte, das wäre Hintergrund ich wusste nicht, dass es nicht mich auffällt ich dachte, jetzt war ich jetzt voll cool mit dem Ding auf die andere Seite aber da meinte ich spiel zu mir no sir nicht mit mir boah boah, ganz im Ernst ich, ich, ich will jetzt zur Karte ich, ich pack das Level nicht Hex, ja, boah Pyro immer wieder, Pyro hört sich zweit viel schlimmer an, aber hier da da kommst du oder wir da und ist ever ja wenn doch das wusste ich nicht das wusste ich nicht boah war das ja, spuck deinen scheiß Ball dahinter ich bin genau in den Ball rein immer ah und da gleich noch nichts ich glaub bei den Feuern kommt immer so ein Feuerball raus und scheinbar müssen wir jetzt am Ende gegen den Teufel kämpfen da freu ich mich ja schon nicht drauf Sekunde so, entschuldigt, da bin ich wieder da war kurz mein Vater und wollte was von mir aber jetzt können wir auch schon wieder weiter zocken da hab ich was geschafft gleich mal auf den ersten Schlag meine Fresse Aua ok so ich hab jetzt auch überhaupt nicht auf die Buche geschaut jetzt hab ich ja ewig Pause gemacht na fuck so ähm ich spiel jetzt einfach nochmal so 10 Minuten oder so dann wird der Werper halt auch ein bisschen länger da scheiß drauf habt ihr mehr zum anschauen hier acht Leute da ey so, das haben wir auch geschafft da ist da nach rechts was Was? What the fuck? Muss ich da machen? Soll ich da jetzt einfach durchspringen? Während es oben ist, oder? Ich spring einfach durch. Okay. Ich bin ja nicht verrückt. Ich werde da jetzt auf jeden Fall da rechts nicht dieses komische in die Bandage holen, damit ich zu scheiße führe. Ich... machen wir anders. So. Wir gehen nämlich jetzt außen rum und sind gestorben. Boah ey. Minecraft hätte ich viel länger in der Lave überlebt, ey. Da bist du ja auch Chuck Norris, ey. Ja. Perfekt getimeter Sprung. Äh. Kann ich nicht oben drüber? Bitte lass mich oben drüber. Das ist voll strange hier, ey. Wie soll ich denn das machen? Das ist voll schwierig. Sag halt euch. Das ist voll schwierig. Das ist voll schwierig. Boah ey. Ich... Ich kriege das gerade echt nicht auf die Reihe. Leute. Da ist ja eine Wand dazwischen. Meine Fresse ey. Okay, ich weiß wie ich das mit der Wand schaffe Okay Das ist nochmal so ein Level Das unmachbar ist 5 von 17 haben wir schon Hat das jetzt hier an dem Anfang so Oh, okay Okay, okay Verstehe Das ist scheeze Aber es ist zu schaffen Boah, ich müsste echt gut im Timing sein Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder verkackt So Mit dem kleinen Lavaseder Ist mir jetzt alles scheißegal Mach das jetzt einfach Genau so Und dann muss ich einfach nur über das andere noch drüber sprechen So, jetzt habe ich den Plan Der Plan Boah ey, war ich da gerade schnell Boah, jetzt habe ich einen übersprungen Bin ich gut, sagste Aber so ist einfach Wie soll ich denn über die Viecher da drüber kommen, ey Ist voll schwierig Boah, jetzt voll krass animiert Die Feuerwelle hier Muss ich schon sagen Was schon wie bei Super Mario, ey Aber egal Ist ja Comic und so, ne Ey Ich glaube nach dem Level muss ich dann auch schon wieder Schluss machen hier Weil der Part zu Ende ist Das ist so unmöglich, das drüber zu kommen Okay, ich habe dir das vielleicht schon so oft gesagt Dass irgendwas unmöglich ist Und habe es doch geschafft Aber meine Fresse, ey Ist auch schwer, der Scheiß Wieso? Boah, ey Meine Fresse Ja 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 Ach Goide Ey Oh geil Okay, einmal, äh, eins geht noch Hä Lol, okay Forkel Wuh Wuh, ist das geil Das gefällt mir Ja uo Das gefällt mir ja echt gut, ey. Schade. Hab ich zu lang gebraucht. War knapp. Alles! Das gefällt mir voll gut mit dem Portal. Scheiße. Ah fuck. Ich bin da noch ein bisschen zu blöd für. Ha! Ich bin da noch ein bisschen drüber. Mit den Feuermälen ist aber auch echt noch mal ein bisschen schwieriger. Hätte ich jetzt gerade fast nicht aufgepasst. Ah, ne, 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 das war... So. Ah, nach dem Level macht ich das aus. So, jetzt machen wir das jetzt auch. Wahrscheinlich sagt ihr euch jetzt auf dem Filmbildschirm, Nein, Ginny schaff's nicht, da ist der Part länger. Ja. Bestimmt tut ihr das doch gar nicht. Ich bin so allein. Oh, ich glaub ich schaff das Ganze gar nicht. Komm, hör jetzt auf. Das war knappe. Voll knappisch. Ja, nein, nein, warum bin ich... Ah, ich bin so blöd. Das war die rhetorische Frage für jeden, der geantwortet hat. So. Er wartet es an dieser Stelle zu Ende, weil ich das Spiel besiegt habe und das Spiel nicht mich besiegt hat. ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Super Meat Boy. Bis dann, Leute. Das ist ein Problem.